Liebe Leute, ich melde mich, wie es in diesen Zeiten so ist, natürlich digital. Wenn ich ehrlich bin, ich kann es nicht mehr haben. Immer alles digital. Ich kann bei diesen ganzen Zoom-Konferenzen die fremden Nasenhaare, die mir durch die zu tief gestellte Kamera gezeigt werden, nicht mehr sehen. Und deswegen wird es uns bald wieder live geben. Storno kommt nach Behrung, nach Paderborn, nach Basa, in die großen Hallen. Und wenn das noch nicht geht, dann in die noch größeren Stadien. Und wenn das auch nicht geht, dann werden wir in diesem wunderbaren Kulturimbiss des Kulturbüros bei jedem Zuschauer einzeln vorfahren. Ja, Herr Funke wird Pommes über die Theke reichen, Herr Rüther wird Jogi-Tee geben, ich werde Blockflöte mit Helene Fischer spielen und oben vom Himmel, da wird André Rieu, Helmut Lotti und die Teletubbies ge... Wobei ich das dann vielleicht im Detail nochmal mit den Kollegen absprechen müsste. Aber in jedem Fall, wir sehen uns.